Wenn ich so schade war, würde ich das Video auf den Ender schreien, wenn du gerade nicht glaubst. Oh, ich glaub dir, ich glaub dir. Ich verbrüß dich. Moin moin Freunde, bevor das Video losgeht, ein kleines Tutorial, wie ihr eine Freundin bekommt, wenn ihr Radiant seid. Genau so, Dodi, auch mal in DMs sliden. Du machst am besten ein Selfie mit deinem Monitor, wo das Radiant-Zeichen so zu sehen ist. Dann, äh, machst du so ein Selfie so. Machst du vielleicht so auf cool, irgendwie so, keine Ahnung, Duckface oder so. Oder Peace so, so. Dann machst du Foto und dann slidest du nur mit dem Foto. Du sagst gar nichts dazu. Du slidest einfach nur mit dem Foto. Du gehst auf Insta, DMs von irgendwelchen Instagram-Models, ist egal wie viele, du kannst tausend nehmen, es werden tausend zurückschreiben. Du schickst nur das Foto, die ganze Zeit. Die ganze Zeit nur Foto. For real, Kefka. Wenn sie nicht weiß, was Radiant ist, dann will ich sie nicht. Andererseits weiß sie auch nicht, dass ich ein Ascendant-Versager bin. Und dann wiederum ist es sehr, sehr cool. Oh, es ist so laut. Jungen, die sind übel laut, hä? Oh mein Gott. War noch eben nicht so laut. Wait for care, wait for care. Nice. Guys, push him, push him. Nice. Backside, backside. Let's try, let's try. Oh, why is this guy close here? Who is playing like that? Yeah, we're on a system. Green, gelb kommt, oder grün, orange kommt auch geil oder so? Wie viel ist dein Outfit wert? Arms sleeve? Ausdruckzeichen sleeve. Hey, you need to be outside. Ausdruckzeichen sleeve? Hey, you're literally, like, still... 5 Euro, 5 Euro, okay? T-Shirt? What do you want? Karhardt. Karhardt-T-Shirt, 30 Euro. Hose? Jogginghose? Ralph Lauren, mashallah. Äh, 80 Euro. Socken? One was here, one was here, one was here. We're only two guys on sides, so shut the fuck up. Listen to me, buddy. Listen to me, buddy. Sage was here, Jimbo was here and Astro was here. And you're sitting here for some reason. Wann ist das so eskaliert? Do you have a potato as a brain? Wann ist das so eskaliert? Can you hear me? There's my microphone working. Hello? Die Stimmung ist insane, ja. Ich war irgendwie so so kurz bei, bei, äh, Lion TV oder wie der heißt und hab so kurz, äh, hab so kurz ein bisschen, wie viel ist dein Outfit wert? Video gemacht und dann auf einmal, äh, ist das Ding hier komplett, äh, komplett eskaliert. Let's go! Oh, come on. Yo, Kale, you wanna push us? Maybe you're literally an initiate. You have flashes. It's just actually crazy. You have you, Till. Ha! No, just surrender, I guess. I'm not surrendering. What? Why would I surrender? You're going 0 to 5. Because you have no kills and you want us to surrender? Yeah, because you bought... No, 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 no. Potato, potato, potato. Listen up. Okay, okay. Listen up now, Ray. And one more time, I am his potato. Rainer, 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 you have two kills, bro. You're not going first, man. You're the only entry fragman crying 24-7. Holy shit, shut up now. Just play the game. We kinda need KO flashes if we can. Yeah, bro, but with your... Yo, with your chemistry, guys, it's not gonna work anyways. Your guns can kill people. Greasy faggot. Oh, okay, guys. Nice force, by the way, from Fate and KO. Good job. No problem. Oh, why is there no smokes? Whoever's smoking is not doing a good enough job. Yeah, it's about the smokes, when you get killed from onside, man, unlucky. Yo, have you got balls? I can't seem to see them. Oh. Oh, scheiße, but that's so kacky. Reverse, reverse. Reverse, reverse. This time, we're about to get funky in... Ah, he's behind, man. Where? Why are we rotating that, man? Unmute him, I have a good content. Yeah, okay. Isolate them and kill them. What's poppin', buddy? Last player standing. Yeah, you're a ass, buddy. Trying to get your kill. Trying to get yours. You got a single kill this run, Kel. Yeah, that's right. You haven't got a single kill since run 3. That's what I've been thinking, bro. You're a watcher. Yeah, buddy. Buddy. Oh, buddy. No, don't say that to Blake, bro. Why are you so... Why are you so mad, buddy? I'm not mad. I'm not mad. Oh, you're mad, buddy. My brother, see that moose you've got in your right hand? Mind swallowing it whole for me? Thank you. Buddy, why are you so mad, buddy? If I was mad, I'd be screaming the M-word at you right now, trust me. Oh, buddy, I trust you, buddy. I trust you, buddy. Sorry, what? What do you say, buddy? You can kill me shit all you like. You're literally on the same kills as me. I think you're on the same level. I call you shit, buddy. Say buddy one more time and I'm going to f*** your entire family. Why that, buddy? Little Jessica's going for me. Jokes on you, five-year-olds are my favorite. Who's Jessica, buddy? You're a little sister. I don't have a sister, buddy. You're the wrong family, buddy. No, I've got the right family. I've got my dossiers to do a hard check on you. Buddy, you need to calm down, buddy. Oh, scheiße, man. Er ist übelst sauer. Er sitzt mit seinen 120 Kilo im DX Racer, alter. Und er kann's gar nicht fassen gerade, dass ihn einfach so nervt. Er hat einen Puls von 500, man. Er hat einen Puls von 500, man. Das geht gar nicht. Er ist actually nur Rayner. Yeah, you're a**. Ah, no worries, guys. Rayner got despawned, buddy. Ah, nice try, buddy. Ah, nee, das ist meine... Mein Ascendant Elo ist das tatsächlich spannend. K.O., hurry up, you fudder. K.O., run, sprint it. One enemy remaining. Hurry up, bro, you are so fud. Fud, 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 fud. Ich würd ihn gerade echt gerne fragen, wie er sich rausnehmen kann, Leute fett zu nennen, wenn er während des Redens fast gar nicht atmen kann, alter. So. Haben keinen impressed, to be honest. I'm kind of impressed from K.O., bro. Like, he got a cool mantle, bro, while you're just like going full ham on him. K.O., let's just fud. Rayner, what the fuck's wrong with you, man? Ja, es ist wirklich so. Also ich glaube, dass es dann nicht mal die Performance ist, to be honest. Weil er war schon von Anfang der Runde halt an Dogwater oder so. Also es ist, glaube ich, legit einfach, äh, dass er real life irgendwie einen Korb von seinem Crush bekommen hat oder so. Das nimmt ihn halt voll mit und dann nimmt das halt einfach mit in Velo und labelt halt die Leute voll. Oh, wie kann er so anstrengend sein? Er kann doch safe keine Freunde haben, oder? Also legit, wer ist mit so einem befreundet, bro? Holy shit. Ja, go back to Plattform, bro, buddy. Haben die mich gemutet? Ich glaube, die haben mich gemutet, right? Er sagt, Mom's life, bro. Er ist so ein Fortnite-Kiddy, Alter. Oh mein Gott. Ich krieg zu viel, Digga. Ist der größte Fortnite-Schwitzer, den ich jemals gesehen hab. Er geht nach dem Game im Creative Reihen und macht ein paar 90s, man. Ich bin tatsächlich nicht even trying. Ich bin einfach mal beinahe. K.O., ich glaube, das andere Team ist in Hysteriske, gerade nach dieser Message. Ah, tihihihihi. Sie werden sich wahrscheinlich schrauben. Ah, tihihihihi. Ich weiß nicht, wer du versuchen, zu impressen, bro. Oh, Reina, why are you talking so much when you're struggling with air, man? What the fuck? Calm down. Yeah, Sympathie won't get your RR back, buddy. That's mine. I don't care, man. My ELO is like the... I don't care about it, bro. So krass, man. Alter, er atmet so schwer. Das ist insane. Er atmet so schwer und redet so viel, man. Bro, der braucht ein Sauerstoffzelt, nachdem er den Monolog gehalten hat. Das ist insane. Er zieht irgendwelchen Menschen in einem Game, dass sie sich umbringen sollen, so. What the fuck, Alter? Wie traurig muss dein Leben sein? Dass du es irgendwelchen Leuten random in-game calls, so. What the fuck? You are so bad, holy. Holy! Ja, aber das ist... Erik, das Schlimme ist nicht... Das Schlimme ist nicht das Gameplay. Das Schlimme ist Legend, die Reina, bro. Der hat komplette Psychose. Das ist insane. Alles zu wild hier mit den Jungs, ehrlich. Ich kann das alles nicht mehr. Ja, ich kann das alles nicht mehr. Minus 22 oder so. Saveness. Immortal, Ascendant 3. Toller Kanal.